Hallo, ich heiße Francesco Zbano und komme aus Kalabien, Süditalien. Ich habe hier mein Buch, das heißt Giuliano Belfiore, die Ehre des Schweigens. Das ist ein Buch über das Leben eines noch aktiver Mafioso, ein Oberboss aus Kalabien, der auch in Deutschland aktiv ist. Er vermehrt sein Geld durch Kokain schmuggelt und finanziert zum Beispiel in Deutschland große Projekte, wie in Norderstedt zum Beispiel große Rheinhauser-Projekte. Wenn man das Buch liest, hat man das Gefühl, dass es dieser Boss, der Giuliano Belfiore, der spricht. Natürlich ist sein Name verändert, um ihn zu schützen, aber es ist wirklich die Mafia mit den Augen eines Bosses zu sehen.